Dann können wir jetzt weitergehen und gegen alle kämpfen. Irgendwas hier... Ja. Bisschen Öl aufbüllen. Als ob! Was fehlt. Ab jetzt sei gründlicher. Wie ist unser Status? Sieht sauber aus hier. Team 4 sucht in den Tunnel nach einer Spur des Atlas. Ausschwärmen und Bereich durchkämmen. Alles füllen. Alle linken. Wir müssen Ration sparen. Wie wen kann ich denn abknallen hier irgendwie? Mal da hinten hinschmeißen. Als ob der mich gesehen hat. Geh weg! Geh weg! Habe ich alle? Echt? Wow. Komm, unerwartet. Okay. Hier ist noch ein Typ. Okay. Geh oder auch nicht. Hier habe ich noch Holz. Ein paar Pfeile. Ja, die Pfeile nehme ich mit. Aber ich liebe es, hier Kampf-Action zu haben, Alter. Oh, schön. Ich liebe es. Kämpfen ist immer geil. Wenn wir das erkunden und so, ist auch ziemlich cool. Aber so das Fighten ist halt irgendwie cooler. Muss ich ja schon sagen. Bin ich halt eher der Fan von. So, dieses eigentlich... Das ist ein nettes Reh. Dieses eigentlich Stealth-artige, also anschleichen und dann leise erledigen, taktisches Vorgehen. Ist halt schon geil. Aber irgendwie klappt das bei mir nicht so ganz. Aber ich versuche mich darin ja zu bessern. Immer mal wieder zu bessern. Ich glaube, ich habe eine E-Mail bekommen. Schön zu wissen, was ist das. Okay. Okay. Ist hier irgendwas, was ich für eine Bombe nutzen kann oder so? Glaub nicht. Kann ich hinschleichen? Ja, kann ich. Sehr geil. Und Erde hat es natürlich nicht gesehen. What? Wie kann ich das nochmal fallen lassen? Oh. Wow. Das sich genau in dem Moment bewegt, dass ich... Mann. Was für ein Arsch. Okay. Aber wir kriegen es hin. Worket ja ganz gut. Momentan. Da haben wir nichts mehr. Alles klar. Alles klar. Äh. Hey, langsam. Diese Mistkerle sind raffiniert. Vielleicht haben sie Fallen gelegt. Keine Angst. Ich tötte alles, was ich bewege. Geh jetzt langsam. Augen aufhalten. Nice. Pilze kann ich mitnehmen? Nehme mal das hier noch mit. Was öffne ich? Wenn ich das irgendwie... Ne, ne? Ne. Ach, so lang. Okay. 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 Ich kann auch zwei Pfeile gleichzeitig abballern, ne? Ich gebe zu, das liegt mir. Fragen halten nur unnötig auf. Was habe ich hier? Pilze. Ihr Feiglinge. Nein. Oh, ich gratuliere. Du kommst als nächstes. Mach ich das so? Wow. 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 Wir verlieren zu viele Leute. Vielleicht haben deine Leute jetzt genug geopfert. Das ist unser Schicksal. Ich habe mich in dir geirrt. Sag mir, wie ich euch helfen kann. Ich muss die übrigen in Sicherheit bringen. Aber der Katakombeneingang ist dicht. Ich werde ihn freiräumen. Das wird schon wieder. Okay. Mir geht's gut. Ich komm klar. Okay, alles geheilt. Super. Äh, ich mein, aufgefüllt. Huh. Münzen. Münzen. Wann kriegen wir endlich mal wieder einen Shop? Das wäre mal interessant. Ich hätte Bock auf so einen Shop. Muss ich ja schon sagen. Muss ich ja schon sagen. Oh Mann. So viele Leute opfern hier das Leben. Mann. Das war ein netter Sprung. Muss ich ja schon sagen. Cool. Die kann ich nicht ballern. Okay. Okay. Oh. Das sollte gehen. Explosive Pfeile. Oh. 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 Wie geil. Was? Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Oh. Wie cool. Oh. Wie cool. Oh. Wie cool. Weg von der Tür. BAM. Oh. Wie geil. Okay. Das ist so verdammt geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sind sie erstmal sicher. Ich weiß, dass du die göttliche Quelle suchst. Aber mein Volk schützt sie bis zum Tod. Dein Volk ist dem Tod schon sehr nah. Ihr könnt sie nicht ewig beschützen. Wir haben lange durchgehalten. Aber erstmal bin ich froh, dass du für uns kämpfst. Sie nähern sich jetzt dem Turm. Da sind noch Leute drin. Bring die anderen in Sicherheit. Sie brauchen dich. Ist das geil. Wir haben explosive Pfeile. Oh mein Gott. Das ist so cool. Es ist so verdammt. Ähm. Wo muss ich lang? Ah. Hier ist ein Lagerfeuer. Alles klar. Sehr geil. Und? Oh. Natürlich. Es ist ein Rätsel. Aber wenn ich richtig verstehe. Ja dann was? Mensch. Lera. Ach man. Fälligkeitspunkt. Nice. Ähm. Erstmal auf Kämpfer alles wollten wir machen. Ne? Das ist nett. Das ist sehr nett. Das ist sehr nett. Oh. Ich hab nen Namen für den Bart. Explosive Pfeile. Oh wie geil. Granaten Pfeile. Uh. Oh Gott. Fall bloß nicht runter Lara. Fall nur nicht runter. Das wollen wir nicht. Oh Gott. Okay. Okay. Alles sicher. Alles klar. Da war was. War ja nicht gerade was? Achso. Ne. Da. Hier. Schon wieder. Hier war nur noch was. Hier war doch gerade noch was. Oder auch nicht. Hä? Okay. Der Sprengradius ist ein bisschen groß. Ups. Das sind ein paar mehr weniger. Wo? Wo? Egal wo? Da schießt der gar nicht auf mich. Ich glaub der schießt nicht auf mich. Uh. Piste. Wer besser? Oh nice. Wir können Sachen verbessern. Oder besser Sachen verbessern. Ich glaub ich kämpfe ein bisschen mit dieser Waffie. Runter. Entdeckung. Wir leiten Verluste. Schau dir sie ab. Hinten unterdrückungsfeuer. Jetzt. Okay. Easy. Easy. So. Munition erstmal alles einsammeln. Das ist schon wichtig. Würde ich mal meinen. Okay. Stopp. Die konnte ich nicht schießen. Da. Spasti. Echt so. Keiner ist Wagen. Alter. Ich bin Rambo. Alter. Ohne Witz. Oh leu. Geht hier alle bloß weg. Alter. Ohne Witz. Ich ran. Sieht aus als hätten wir die Oberhand. Renn hier einfach durch. Ja oder auch nicht. Geschäfte. Geschäfte. Laura. Bist du da? Creati überrennt den Turm. Wir sitzen unten in den Katakomben fest. Verdammt. Haltet durch. Schon unterwegs. Jo. Mein Vater wird vermisst. Letzte Nacht habe ich ihm von den Invasoren erzählt und den Waffen, die sie verwenden. Bei Sonnenaufgang war er fort. Cyril sagte mir, er würde zurückkehren. Aber der Tag ist fast um und niemand hat ihn gesehen. Ich fürchte, dieser Dummkopf hat etwas Unüberlegtes getan. Wir brauchen ihn. Jetzt mehr als je zuvor. Ja. Da könntet ihr recht haben. So. Er ist uns Lager vorgesetzt. Wir haben ein neues Dings. Neues Verbesserungswerkzeug. Das heißt, wir können unseren Bo... Oh. Hm. Schussfrequenz erhöht. Okay. Ja, ist nett. Können wir nichts mehr upgraden. Hier können wir noch was upgraden. Ja, wir haben nicht mal hier was geupgradet. Aber wir können das hier schon machen. Ja, wir werden auch kommen. Warum nichts? Fähigkeitspunkt haben wir auch neuen. Geil. Das heißt, wir... Was soll ich, Konter? Ja, das ist nett. Kein Schaden, wenn wir einen lautlosen Kill machen. Ich weiß nicht, ob wir dazu noch kommen werden, aber... Ach, sch... Ach, sch... Wo kommst du denn hier? Wow. Die hab ich denen... Wow. Die hab ich denen erledigt auf einmal. Ach, ne. Warum, Schaffbe, komm. Okay, das war geil. Das war... Also, komm, Leute. Das war cool. Nice. Einfach mal so ganz easy. Ganz, ganz easy. Oh. Leid für lautlose Kill. Wir gehen jetzt in die Katakomben. Wir brauchen Verstärkung hier. Verstanden. Schon unterwegs. Werfen wir doch einfach ein paar Granaten rein und gut. Nein, der Atlas könnte da unten sein. Sie ist hier! Oh ja, das bin ich! Position halten! Halte, Dreschen! Feuer konzentriert! Okay. Versucht es nur. Na los! Mach dich kalt! Mach dich kalt! Mach dich kalt! Mach dich kalt! Okay. Oh, noch mehr Schildmenschen. Okay. Oh, noch mehr Schildmenschen. Es ist vorbei! Ja, please. Easy. Easy! Jacob. Sie sind weg. Ich fürchte, dieser Kampf ist längst nicht vorbei. Erzählen Sie mir mehr über diesen Ort. Das haben Sie verdient. Echt so? Er... Daavour... Er ist los. Sie limited. Ihr seid ihr? Er reiterate.